Wir waren nie ein Gegner, aber nein, wir haben schon gute Kämpfe gehabt, das war immer interessant. Auf die 50 Meisterschaftsspielen sind bis heute nicht bezwungen worden. 25.000 Zuschauer im Kruger-Stadion, Neugier und Spannung, wie mag dieses 51. środ's gehen? Denn bereits nach sieben Minuten brachte Schumacher den Namensfetter aus Oberhausen die 1 zu 0 Führung. Eine knappe Viertelstunde später und Ende Lippens, der Torschützenbrülich-Ausgleich 1 zu 1. Dann nimmt nicht nur der Regen zu, sondern auch die Härte, mit der die beiden rot-weißen Teams zur Sache gehen, wenngleich die Begegnung schnell und in den Aktionen der Sturmreihen zu jeder Zeit sehenswert bleibt, bis auf diese Rauferei. Und bevor hier Schlimmeres geschehen konnte, griff Schiedsrichter Aldinger aus Weiblingen bei Stuttgart mit ein paar Verwarnungen ein, beruhigte die Hitzköpfe und alles war wieder klar. Kompromisslos und unverändert allerdings der Einsatz. Der Ex-Schalker Erloff für Essen, dann Thermos und Weinberg, für den im zweiten Durchgang Führhof weitermachte. Mit einem knallhacken und messerscharf platzierten Schuss von Brozolat und dem 2 zu 1, bei dem wohl Essens Schlussmann Bockholt etwas die Sicht versperrt war, 2 zu 1 für Oberhausen, wurde bei uns der Film und von den Aktiven die Seiten gemützt. Die beiden neuen Werbungen aus Berlin-Zehlendorf in Oberhausen, der 1,95 lange Kliemann und Sühnholz sind, eine Verstärkung leisten Vorarbeit für Karbowiak, der Bockholt zum 3 zu 1 bezweckt. Nach 50 Spielen ohne Niederlage scheint nun der Heimnymbus der Essener gebrochen. Oberhausen endlich einem Sieg entgegensehend lässt sich Zeit und immer wieder fangen schon im Mittelfeld die Essener solch harmlose Angriffe ab. Führhof zu Thermos. Ja, sie gibt nicht auf, die Mannschaft, die vorzeitig als Absteiger angesehen wurde und nun die Tabellen speziell. Bär und Lippens einen Schritt zu kurz. Wieder der Torjäger aus Essen zu Führhof. Oberhausens Vorsprung verringert sich auf 3 zu 2. Oberhausens Vorsprung verringert sich auf 3. Oberhausens Vorsprung. Tja, da hatte Führhoff den sonst ausgezeichneten Scheid auf dem falschen Bein erwischt. Nun wartet man gespannt auf die gleiche Leistung wie letztendlich in München, als die Essener aus einem Zwei-Tore-Rückstand einen 2 zu 2 unentschieden machten. Bär, Holmhausen, der von Willingen 08 an die Kruger kam, der Moors. Und Lippens, immer häufiger solche Angriffe. Jung, zu Tiamors. Lippens lauert. Und da ist es Oschel. Lippen die Kruger kam, der von Willingen 08 an die Kruger kam, der von Willingen 08 an die Kruger kam. An den Ausgleich an das 3 zu 3 unentschieden hatte wohl niemand mehr so recht gedacht. Fazit, Essen bleibt Spitzenreiter. Schlusssatz frei nach Wilhelm Busch. Zu guter Letzt noch ein wenig Rangelei, aber es bleibt beim 3 zu 3. Würmen biasischen capacities, ist es nicht nur relativ. Sie bleibt bei千 mist. An den Ausgleichen hier� Realität von daten capacitorisch heоров kam, der von Willingen 08 an die Kruger kam, der von Willingen 08 an die Kruger kam. Geist, Essen bleibtalkozdin. Geist, Essen bleibt bei einer Kruger kam, der von Willingen 08 an die Kruger kam. Hohes Papier! Hohes Papier!